Um 1900 kontrolliert die Standard Oil Company bereits 90% des in den USA raffinierten Erdöls. Auch durch Erpressung und Raub, wie diese Karikaturen zeigen. Ihr Image nimmt Schaden und die aufkommende Elektrizität bedrängt den Ölmarkt. Doch 1907 rettet Standard Oil der Aufstieg des Imperiums von Henry Ford. Die ersten Automobile rollen vom Band und Standard Oil steigt auf Benzin um. Die ersten Automobile waren nicht für die Stadt gedacht, sondern für die Landwirtschaft im großen Stil, die bis dahin auf Pferdefuhrwerke angewiesen war. Die ersten großen Landmaschinen, die in den USA schon seit langem existierten, wurden von 40 bis 50 Pferden gezogen. Dann kamen die ersten Traktoren auf und wenig später die ersten Automobile von Ford. Mit extra hohen Rädern für die Ackerspuren. Zu jeder Zeit das richtige Produkt. Für das Auto war es das Benzin. Zur Beleuchtung war es hingegen schon bald nicht mehr die Petroleumlampe, sondern die Elektrizität. Und doch konnte sich die Erdölindustrie rasant weiterentwickeln, dank des Automobils. Dank des Automobils. 1911 verabschiedet der US-Kongress nach einem unerbittlichen Rechtsstreit ein Kartellgesetz, das direkt gegen die Vormachtstellung der Standard Oil Company gerichtet ist. Rockefeller weiß sich zu helfen. Er spaltet den Konzern in kleinere, von Strohmännern geleitete Unternehmen auf. Die Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of California, Standard Oil of Indiana und so weiter. Als Standard Oil 1911 zerschlagen wurde, musste Rockefeller ein neues Expansionsgebiet finden und die Welt außerhalb der USA schien ihm bestens dafür geeignet. Standard Oil dehnt sich nach Südamerika aus, nach Mexiko und Venezuela. Gegen Privateigentümer und ihre Regierungen setzt sie alle Mittel ein, um mögliche Ölvorkommen an sich zu reißen. Die Jagd nach dem Öl entwickelt sich schnell zu einem globalen Wettlauf. Während der Händler Markus Samuel auf das Öl im russischen Baku spekuliert, konzentriert sich der niederländische Geschäftsmann Henry Dieterding auf Indonesien. Gemeinsam gründen sie die holländische Royal Dutch Shell Gruppe, die zu Rockefellers größtem Konkurrenten wird. Großbritannien verfügt zwar nicht über eigenes Erdöl, doch zu seinem Herrschaftsgebiet gehört auch der Nahosten, der sich bald als die Region mit den größten Erdölvorkommen der Welt erweisen wird. Auf den Meeren sieht Großbritannien, die Weltmacht Nummer 1, seine Führungsrolle durch Deutschland und die USA gefährdet. 1911 trifft Winston Churchill eine radikale Entscheidung. Er lässt die englische Kriegsflotte auf Heizöl umrüsten. Die Braunkohle wurde in Wales gefördert, das Heizöl aber kam aus dem Persischen Golf und den USA. Churchills Entscheidung führte also zu dem, was wir heute Ölabhängigkeit nennen. Ein nationales Erzeugnis, beziehungsweise eine nationale Ressource, wurde durch ein Importprodukt ersetzt. Churchill tat es, weil das Öl als Treibstoff der Kohle überlegen war. Durch die Umstellung auf Öl waren die englischen Kriegsschiffe schneller als die deutschen. Sie hatten einen großen strategischen Vorteil. Aus strategischen Überlegungen wird die britische Regierung größter Anteilseigner der Anglo-Persian Oil Company, die später in British Petroleum umbenannt wird. Um ihr Öl nach Großbritannien zu transportieren, vollbringt die Anglo-Persian Oil Company eine pharaonische Großtat. Sie baut eine mehrere hundert Kilometer lange Pipeline bis zum Hafen von Abadan im Persischen Golf. 1913 ist die Raffinerie von Abadan die größte der Welt. Das unersättliche britische Weltreich interessiert sich aber nicht nur für den Iran. Es hat auch den Irak im Auge, der damals noch eine Provinz des Osmanischen Reiches ist. Im Irak treffen die Briten auf zahlreiche Widersacher mit nicht minder großem Appetit. Amerikanische US-Gesellschaften wollen mit der Aussicht auf billig und leicht zu förderndes Öl dort Fuß fassen. Auch der deutsche Kaiser legt sich mangels eigener Ressourcen im Irak ins Zeug. Er hat gerade die Genehmigung für den Bau einer Eisenbahnlinie von Berlin nach Bagdad erhalten, verbunden mit dem Recht, alle auf dem Weg liegenden Erdölvorkommen auszubeuten. Detardings Royal Dutch Shell musste 1905 das revolutionäre Russland verlassen und setzt alles daran, die Vormachtstellung in der Region zu behalten. Großbritannien, wiederum das Shell unterstützt, darf den Nahen Osten auf keinen Fall an die USA, den größten Erdölproduzenten, verlieren. Da tritt Kaluste Gulbenkian auf den Plan. Ein armenischer Geologe mit guten Verbindungen zu den osmanischen Behörden. Im Auftrag der Briten wirft er in harten Verhandlungen die Amerikaner aus dem Rennen und gründet 1912 das Konsortium Turkish Petroleum Company. Zur Festigung seiner Stellung in der Region hält Großbritannien über die Anglo-Persian Oil Company 50% der Anteile daran. Die andere Hälfte geht an Shell und die Deutsche Bank als Vertreterin des Deutschen Reiches. Gulbenkian erhält als Gegenleistung für seine Dienste 5% des Gewinns, was ihn zu einem der reichsten Männer der Welt machen wird. Der Kriegseintritt des Osmanischen Reiches auf deutscher Seite friert die Erdölförderung im Irak ein. Bei Kriegsbeginn ist nicht absehbar, welch große Rolle das Ölball spielen wird. Noch sind die Armeen ausgerüstet wie im 19. Jahrhundert. Im August 1914 lagern die deutschen Truppen nur wenige Kilometer vor Paris. Um sie möglichst schnell angreifen zu können, requiriert der französische General Gallieni die Pariser Taxis. Innerhalb von nur 48 Stunden schafft er 7000 Mann an die Front. Der deutsche Vormarsch wird gestoppt. Das Automobil und mit ihm das Erdöl ändern den Verlauf des Krieges. Die Schlacht von Verdun war ein symbolisches Ereignis, das die große Bedeutung des Automobils unterstrich. Die französischen Truppen wurden sukzessive dorthin verlegt und über die berühmte Voie Sacre versorgt. Es waren vor allem Lkw-Konvois, die Männer und Waffen an die Front bei Verdun brachten. Der Krieg verändert sein Gesicht. Und all die vielen Motoren benötigen Ummengen an Treibstoff. Davon profitiert Rockefeller, der sein Öl an beide Kriegsparteien verkauft. In Frankreich und Deutschland läuft die Rüstungsindustrie auf Hochtouren, dank des amerikanischen Öls. Die Deutschen setzen U-Boote ein, um den Treibstoffnachschub für die Alliierten zu unterbinden. Als 1915 das Passagierschiff Lusitania torpediert wird, beschleunigt dies den Kriegseintritt der USA. Als sich die US-Regierung kurz vor Kriegseintritt an die Ölindustrie wandte, hatte Standard Oil schon jahrelang Öl an beide Kriegsparteien verkauft. Die Konzernchefs zögerten und sagten, wir würden ja gerne helfen, aber dieses Kartellgesetz stört uns doch sehr. Wir sollten erst einmal darüber reden. Das war der Anfang vom Ende der Kartellverbote. Und genau so lief das im Zweiten Weltkrieg. Im Rahmen des geheimen Sykes-Picot-Abkommens von 1916 vereinbaren Großbritannien und Frankreich, die Erdölvorkommen des Osmanischen Reiches im Falle einer deutschen Niederlage unter sich aufzuteilen. Als Rockefeller davon erfährt, fühlt er sich hintergangen und droht damit, seine Treibstofflieferungen an die Alliierten zu stoppen. Aus Angst, Rockefeller könne seine Drohungen wahrmachen, wendet sich der französische Premierminister Georges Clemenceau 1917 mit einem eindringlichen Appell an US-Präsident Woodrow Wilson. Frankreich hat im Kampf gegen den härtesten Schlag Deutschlands Benzin so nötig wie Blut für die kommenden Schlachten. Als die amerikanischen Truppen nach Frankreich aufbrechen, ist sich jeder im Klaren darüber, dass diese erste vollständig motorisierte Armee die Entscheidung bringen wird. John D. Rockefeller verkauft sein Erdöl weiterhin unbekümmert an beide Seiten. Die Tochtergesellschaft von Standard Oil hat die gesamte Dauer des Ersten Weltkriegs weiter mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet. Genau wie das niederländisch-britische Pendant, die Renania, eine Tochtergesellschaft von Royal Dutch Shell, bis 1917 war die Zusammenarbeit auch politisch problemlos, weil die Niederlande neutral waren und bis Kriegsende blieben und auch die Vereinigten Staaten zunächst neutral waren. Als dann die Vereinigten Staaten 1917 in den Krieg mit Deutschland eingetreten sind, ist die DAPG, die Tochtergesellschaft von Standard Oil in Deutschland, weiter als patriotisches, als vaterländisches Unternehmen angesehen worden, sodass man die Zusammenarbeit bis Kriegsende fortgesetzt hat. Bis Kriegsende ist die Erdölproduktion von 100.000 auf 300.000 Barrel am Tag gestiegen. Die Gewinne der Gesellschaften haben sich vervierfacht. 1918 erhält England entsprechend dem Sykes-Bicot-Abkommen Mesopotamien, also den heutigen Irak, und den Süden von Syrien. Frankreich bekommt den Libanon, den Norden Syriens und die Stadt Mossul, in deren Umgebung große Erdölvorkommen vermutet werden. Dabei gab es ein Problem. Es zeigte sich, dass in den vorherigen Verhandlungen das Erdöl keine Rolle gespielt hatte. Denn die Engländer waren zwar über die Turkish Petroleum Company im Besitz der Konzessionen, aber nach dem Sykes-Bicot-Abkommen waren diese im Gebiet der Franzosen. Mossul lag in deren Einflussbereich. Darum wurde schnell ein Tauschgeschäft ersonnen, dergestalt, dass die Engländer den Franzosen einen Teil ihrer Konzessionen abtraten. Das fiel ihnen nicht schwer. Sie brauchten ja nur den deutschen Teil zu konfiszieren und an die Franzosen weiterzugeben. Frankreich würde im Gegenzug auf seinen Einflussbereich aus dem Sykes-Bicot-Abkommen verzichten. Das war leichter gesagt als getan, denn die diesbezüglichen Verhandlungen erwiesen sich als schwierig und zogen sich über zwei Jahre hin. Erst in Versailles und dann San Remo. Das Wort Erdöl kam darin nie vor. Bezeichnet ist jedoch, dass über die Mandatsgebiete im Nahen Osten in einer Villa in San Remo entschieden wurde und in einer Nachbarvilla wurde das Erdöl-Abkommen unterzeichnet, durch das Frankreich 23,75% der Anteile an der Turkish Petroleum Company erlangt. 1920 wird der Irak britisches Mandatsgebiet. Unter britischer Ägide wird ein Jahr später Faisal I. als König eingesetzt. Die Briten wollen aber die Verfassung nur abzeichnen, wenn die Turkish Petroleum Company das Recht auf Prospektion, Förderung und Raffinerie des Erdöls praktisch im gesamten Irak erhält, bis ins Jahr 2000. Das Abkommen wird 1925 ratifiziert. Die meisten dieser Länder, der Irak, die Golfstaaten und Koweit, wurden geschaffen, um als eine Art rechtliche Hülle zu dienen. Es sollte eine pseudounabhängige Struktur geschaffen werden, für die Vergabe von Konzessionen an ausländische Ölkonzerne. Churchill hat einmal gesagt, der Irak ist aus drei Ölquellen und drei verschiedenen Völkern entstanden. Daraus wurde ein Staat geschaffen. Das gleiche gilt für andere Länder in dieser Region. Sie wurden gegründet und anschließend wurden in London und Washington sogenannte Erdölabkommen verfasst, unter die der örtliche Emir oder der dortige König dann seinen Fingerabdruck gesetzt hat. 1927 sprudelt Öl in Kirkuk. Der Irak hat aber keinen Zugang zum Meer. Um das Öl ans Mittelmeer zu bringen, müssen Engländer und Franzosen eine Pipeline durch Syrien und Palästina bauen. John D. Rockefeller, der seine heimischen Ressourcen schminden sieht, lässt die US-Regierung intervenieren und trifft sich heimlich mit Kaluste Gulbenkian. Geschäft ist schließlich Geschäft. Der Mann, der die Amerikaner aus dem Osmanischen Reich verdrängt hat, bringt nun Großbritannien und Frankreich dazu, US-Unternehmen in den Irak zu lassen. Jeder Vertragspartner erhält 23,75% der Irak Petroleum Company. Gulbenkian bekommt 5% des Öls, die er wenig später an die neu gegründete Compagnie Française de Petrol verkauft. So ist allen gedient. England behält den größten Anteil der zukünftigen BP und Shell, Frankreich steigt zur Erdölmacht auf und die USA fassen im Nahen Osten Fuß, den sie nie wieder verlassen werden. So wurde der Irak zum Schauplatz eines erbitterten Kampfes um das Erdöl. Im Grunde wurde er dabei kolonialisiert. Ausländische Unternehmen erhielten riesige Konzessionsgebiete, wie das der Irak Petroleum Company mit 100.000 Quadratkilometern. 100.000 Quadratkilometer, auf denen sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Die Geschichte des Erdöls vollzog sich, ehrlich gesagt, weitgehend in einem gesetzlosen Raum. Und daran hat sich, meiner Meinung nach, bis heute nichts geändert. 1928 lädt Gulbenkian seine Partner nach Ostente ein, um das Abkommen zu besiegeln. Auf einer Karte zeichnet er die Grenzen des alten Osmanischen Reiches nach. Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, keine Prospektionen im Alleingang durchzuführen und die Gewinne aus neu entdeckten Vorkommen mit den anderen zu teilen. In einem belgischen Hotelzimmer teilen die Ölkonzerne den Nahen Osten unter sich auf. Von nur wenigen Männern kontrolliert, ermöglicht das Erdöl dem Westen einen Lebensstil, nach dem sich der Rest der Welt sehnt. Ende der 1920er Jahre entsteht eine weltweite Krise durch Überproduktion. Die Sowjetunion, die dringend Devisen benötigt, überflutet den Markt mit billigem Öl und lässt die Kurse in den Keller fallen. Entrée der Krieg. Zwischen den Weltkriegen gab es drei Hauptakteure. Standard Oil, zwar ohne Rockefeller, aber auf dem Weg zum Weltkonzern, Shell und die British Petroleum Company, die auf den gewaltigen Ölreserven im Nahen Osten saß. In einer solchen Situation gibt es zwei Möglichkeiten. Das sagt uns die Spieltheorie. Es gibt das Kooperative und das Nicht-Kooperative Spiel. Das Nicht-Kooperative Spiel bedeutet nichts anderes, als sich eine erbitterte Schlacht zu liefern, samt Preiskampf, Streit um die Bohrrechte und so weiter. Das ist riskant, denn dabei wird ordentlich ausgeteilt. Der andere Weg ist das Kooperative Spiel. Das heißt, wir verstehen uns gut, teilen den Kuchen unter uns auf und handeln nach Regeln. Shell-Präsident Dieterding ergreift die Initiative und lädt seine Konkurrenten zu einer Jagdpartie auf Schloss Agne Cary in Schottland ein. Die schwarzen Limousinen rollten an. Überall Jagdflinten. Ich weiß nicht, ob da wirklich gejagt wurde, aber es wurde viel über Erdöl gesprochen. Das Ergebnis war ein Abkommen, über das 30 Jahre lang stillschweigen bewahrt wurde. Das sogenannte Agne Cary Abkommen oder auch As-Is-Prinzip. As-Is bedeutete, die Marktanteile wurden eingefuhen, denn alle Beteiligten hatten bereits ihre Absatzmärkte. Das Abkommen wurde von drei Firmen unterzeichnet, wobei Standard Oil natürlich die amerikanischen Interessen vertrat, also auch die ihrer Tochterunternehmen Mobile, Texaco, Standard Oil of California und Gulf Oil. Dieses Agne Cary Abkommen bedeutet im Grunde die Aufteilung des internationalen Erdölmarkts außerhalb der USA. Denn dort gab es Kartellgesetze wie den Sherman Act. Da wurde bei solchen Absprachen nicht lange gefackelt. Aber im Rest der Welt teilten sie den Kuchen unter sich auf und organisierten gemeinsam die weiterverarbeitende Industrie. Dabei blieb es bis Mitte der 60er Jahre. Durch das Abkommen entsteht ein Kartell. Geheim und gesetzeswidrig unterzeichnet verleiht es den neuen Öl-Multis eine gewaltige Macht, die sich jeglicher staatlichen Kontrolle entzieht. Diese Machenschaften, die uns heute imperialistisch und kapitalistisch erscheinen, waren von großer Bedeutung. Sie ermöglichten eine gleichmäßige Entwicklung der Ölindustrie und das konstante Wachstum des weltweiten Ölverbrauchs in einem System, von der Quelle bis zur Pumpe. Das Abkommen erlaubte den Konzernen vernünftige Gewinne zu erzielen, sodass sich ihre enormen Investitionen amortisierten. Und da es ein geschlossenes System war, fielen externe Kosten weg. Es zählte allein die Gesamtsumme der Investitionen und die erzielte Rentabilität, zu der sämtliche Schritte der Ölproduktion beituhnen. In den Anfängen der Erdölgeschichte waren wohl die klassischen Geldgeber, die Bankiers derart zurückhaltend, dass dadurch Monopolstellungen entstanden. Das ist eine Wechselwirkung. Hätten die Bankiers kleineren Ölfirmen mit Darlehen über 10, 15 Jahre bei ihrer Entwicklung geholfen, dann gäbe es heute unzählige davon. Letzten Endes gibt es immer eine Konzentration, sobald etwas Neues entdeckt wird. Die Konzentration führt zur Monopolisierung. Und wo ein Monopol ist, entsteht früher oder später ein Kartell. Die Kartellbildung war eine direkte Folge der Zögerlichkeit der Bankiers bei kleineren Ölunternehmen. Das ist eine Tatsache. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 ändert am Verhalten der Ölkonzerne nichts. Der Nahe Osten schürt weiter ihre Begehrlichkeit. 1933 kommt die Standard Oil of California, die das Abkommen nicht unterzeichnet hat, den Briten zuvor. Sie wird in Saudi-Arabien aktiv, mit Hilfe des ehemaligen britischen Diplomaten Harry St. John Philby, der seine Regierung inzwischen feindlich gesonnen und zum Islam konvertiert ist. In 1938, l'Allemagne importet von Roumanie 886.000 tonnen. In Outer-Atlantik, 4.167.000 tonnen. In total, 5.053.000 tonnen. Mais la guerre moderne sur les océans, dans les airs, aussi bien que sur Terre, exige des masses enormes de carburant. Une armée où le moteur s'est substitué au cheval doit pouvoir compter sur des ressources en pétrole quasi inépuisables. En effet, pour faire la guerre, il faut à l'Allemagne 15 millions de tonnes de carburant au minimum. Elle peut produire annuellement 3 millions de tonnes d'essence synthétique. La production totale roumaine est de 5.600.000 tonnes. Au total, 8.600.000 tonnes. L'Allemagne sera donc toujours en déficit de 6.400.000 tonnes. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat Deutschland also eine Erdölkonzession verloren. Ab 1922 gibt es ein geheimes Lieferabkommen mit der Sowjetunion und nach weiteren Beschaffungsmöglichkeiten wird gesucht. Aber den Nationalsozialisten genügt das nicht. In den 1920er Jahren wurde immer deutlicher, dass das Deutsche Reich im Falle einer Wiederbewaffnung oder im Kriegsfall keinen gesicherten Zugang zu Öl haben würde. Eine mögliche Lösung für dieses Problem war die Gewinnung von synthetischem Öl aus Kohle. Die entsprechende Forschung betrieb damals vor allem der Chemie-Gigant IG Farben. Als Hitler an die Macht kam, interessierte er sich dafür sehr. Aber IG Farben meinte, das können wir uns nicht leisten. Synthetisches Öl ist zu teuer in der Herstellung. Hitler erwiderte, das ist mir egal, wir brauchen dringend Öl. Es flossen gewaltige Summen an die IG Farben, die bis ins Jahr 1937 ein Programm zur chemischen Herstellung von Öl entwickelte, das bis zum Ende der 30er Jahre ausgebaut wurde. Auf das Sudetenland waren die Deutschen nicht zuletzt deshalb so scharf, weil es dort gewaltige Braunkohlevorkommen gab, aus denen sich ein sehr gutes synthetisches Öl herstellen ließ. Gleich nach der Angliederung des Sudetenlands an das Reich beschlagnahmte Hermann Göring dort sämtliche Braunkohleminen und ließ eine riesige Fabrik zur Ölherstellung errichten. 1936 verkündet Hitler anlässlich der Eröffnung der Berliner Automobilausstellung die deutsche Treibstoffproduktion muss so schnell wie möglich vorangetrieben werden. Diese Aufgabe erfordert die gleiche Entschlossenheit wie ein Krieg, denn von ihrer Erfüllung hängt die künftige Kriegsführung ab. Shell-Chef Henry Deterding, ein Anhänger des Nationalsozialismus, will Hitler Erdöl auf Kredit verkaufen. Der Verwaltungsrat zwingt ihn zum Rücktritt. Es waren große US-Firmen, deren aktive Unterstützung aus Sympathie für die Nazis die Wiederbewaffnung und Reindustrialisierung Deutschlands erst möglich machte. Alfred Sloan war von den 20ern bis in die frühen 50er Jahre hinein Vorsitzender von General Motors. In den späten 30ern erhielt er einen Brief von einer Aktionärin, den wir in den Archiven fanden. Sie schrieb, wir machen Geschäfte in Deutschland über unsere Opel-Tochter. Wir bauen LKWs für das Nazi-Regime. In der Zeitung habe ich gelesen, dass sie dort Juden töten und die Menschen in den Straßen zusammentreiben. Wie können wir Geschäfte mit diesen Leuten machen? Ich bin Aktionärin und mir gefällt das nicht. Und Sloan schrieb in herablassendem Ton zurück, Madame, die dortige Politik geht uns nichts an. Wir verkaufen Autos, mehr nicht. Die Deutschen hatten Probleme bei der Herstellung von synthetischem Öl. Ihnen fehlten einige chemische Zutaten, die für das Verfahren notwendig waren, zum Beispiel Ethyl. Die bekamen sie von amerikanischen Unternehmen wie etwa DuPont. Nun heißt es immer, das Geschäft geht vor und für Geschäfte finden sich immer Mittel und Wege. Die Verbindung zu DuPont war aber in Wahrheit viel enger. Zahlreiche Abkommen zwischen DuPont und dem Chemie-Giganten IG Farben zum Beispiel regelten die Aufteilung der Absatzmärkte und den technischen Informationsaustausch. Es herrschte also eine sehr enge Vernetzung zwischen amerikanischen und deutschen Unternehmen. Standard Oil half bekanntlich den Deutschen bei der Entwicklung eines Systems, um aus Kohle synthetisches Öl zu gewinnen. Die Deutschen hatten jede Menge Braunkohle, aber kaum Öl. Deshalb versorgte sie Standard Oil nicht nur bereitwillig mit Öl, sondern lieferte auch noch am Vorabend des deutschen Überfalls auf Polen 500 Millionen Tonnen Tetraethylblei. Da war noch keine Fabrik in Betrieb. Natürlich wusste Standard Oil, dass da etwas im Busch war. Im September 1939 laufen in Deutschland 14 Werke zur Herstellung von Synthetik-Öl auf Hochtouren. Sechs weitere sind im Bau. Ohne das von den US-Firmen DuPont, die Nemus und Standard Oil gelieferte Ethyl, hätte die deutsche Luftwaffe 1940 gar nicht fliegen können. Ein interessanter Aspekt der deutschen Kriegsführung ab 1939 war deren ständige Jagd auf Öl. Sie nahmen, was sie kriegen konnten, auch im Feindesland. Das wurde zur obersten Priorität, als sie 1940 die Niederlande, Belgien und Frankreich angriffen. Es gab sogar Sondereinheiten, die Öl ausgekundschaftet und bewacht haben, damit es niemand vernichten oder wegschaffen konnte. Auch in Frankreich fanden sie Unmengen von Ölvorräten, die zumeist das französische Militär zurückgelassen hatte. Das transportierten sie dann alles nach Deutschland. Die Feldzüge brachten ihnen mehr Öl ein, als sie in ihren Flugzeugen und Panzern an der Westfront verbrauchen konnten. Deutschland kann England bombardieren, ohne befürchten zu müssen, dass der Treibstoff knapp wird. Großbritannien hingegen ist erneut von den Vereinigten Staaten abhängig. Es besitzt die größten Ölvorkommen der Erde, kommt aber nicht an sie heran. Das Land entgeht nur knapp der Katastrophe, denn die deutschen U-Boote fügen den Tankerkonvois Richtung England schwere Verluste zu. Am 22. Juni 1941 bricht Hitler den Pakt, den er zwei Jahre zuvor mit Stalin geschlossen hat. Die letzten russischen Öllieferungen rollen noch nach Deutschland, als Hitler die Sowjetunion angreifen lässt, um sich des Erdöls im Kaukasus zu bemächtigen. Bereits vor dem Angriff auf die Sowjetunion hatte Hitler Göring damit beauftragt, eine Spezialeinheit aus Experten der Erdölindustrie zusammenzustellen. Sie sollte der Armee in den Kaukasus folgen, dort die Ölraffinerien instand setzen und für Nachschub sorgen. Die sowjetischen Ölvorräte in Grozny, Barkow und so weiter waren 1941 viermal so groß wie die Deutschen. Sie hätten Deutschland völlig unabhängig gemacht. Es hätte Öl gehabt, so viel es wollte. Um Erdöl geht es auch im Pazifik. Am 7. Dezember 1941 greift die japanische Luftwaffe Pearl Harbor an, als Antwort auf ein amerikanisches Exportembargo. Die Japaner verfolgen zwei Ziele. Sie wollen die US-Marine ausschalten und sich des indonesischen Erdöls bemächtigen. Die Engländer geben ihre Anlagen in Indonesien auf. Die USA erklären Japan den Krieg. Die deutsche Armee erreichte im Sommer 1942 den Kaukasus. Hitlers Plan war ja, zuerst holen wir uns das Öl, dann nehmen wir Moskau ein und am Ende erledigen wir Stalin. Aber erst das Öl. Als die Deutschen dort ankamen, hatte die Rote Armee bereits alles zerstört. Ölknappheit beschleunigt die deutsche Niederlage. Im Winter 1943 kann sich die deutsche Armee nicht aus dem Kessel von Stalingrad befreien. Es wird ihre erste schwere Niederlage. In der libyschen Wüste ergeht es ihr ähnlich. Hitlers Traum vom Erdöl des Nahen Ostens ist ausgeträumt. Englische und sowjetische Truppen besetzen den Iran, von dem aus Waffen und Öl an die russische Front geschickt werden. Beide Länder verpflichten sich, den Iran nach Kriegsende wieder zu verlassen. Zwei Jahre nach der Abdankung des Schahs, dem Sympathien mit den Nazis vorgeworfen, wurden, planen Churchill, Roosevelt und Stalin 1943 in Teheran die Landung der alliierten Truppen. Die Rote Armee stößt 1944 nach Westen vor, Richtung Berlin. In England organisieren unterdessen die Alliierten sorgsam ihren Treibstoff Nachschub. Für die Briten und Amerikaner war die reibungslose Ölversorgung bei ihrer Landung in Frankreich 1944 von großer Bedeutung. Sie planten schon im Vorfeld eine Pipeline unter dem Ärmelkanal, die das Öl aus Depots in England nach Frankreich bringen sollte. Ölversorgung Kanale so es kann easily in France. Operation Pluto PLUTO standing for Pipeline under the Ocean from the Mersey to the Rhine. Gegen Ende des Krieges deckt die Produktion von synthetischem Öl trotz massiver Bombardements noch immer 57% des deutschen Bedarfs und 92% des Flugzeugbenzins. Reichsrüstungsminister Albert Speer hier bei einer Inspektion versorgt die IG Farben mit Arbeitskräften aus dem Konzentrationslager. Die Zerstörung der deutschen Treibstoffressourcen hat für die Alliierten oberste Priorität. Nach den Bombenangriffen auf die Fabriken der IG Farben greifen sie die Ölraffinerien in Rumänien an. Die deutschen Jäger müssen am Boden bleiben. Heute wissen wir, dass General Motors Mitarbeiter in Deutschland hatte, die noch 1943 Geld in die USA überwiesen. Der Konzern baute also noch lange nach dem Kriegseintritt der USA LKWs für die Nazis. Sie fuhren mit Kraftstoff aus Fabriken, die mithilfe von General Motors, DuPont und Standard Oil zustande gekommen waren. Zur Rechenschaft gezogen wurde dafür niemand. Ein 1942 eingerichteter Untersuchungsausschuss unter Leitung des späteren US-Präsidenten Harry S. beschuldigt die Ölmagnaten 1945 des Landesverrats. Doch die Realität geht vor Moral. Die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg zwei Dinge. Erkannt dass die Erdöl Reserven in Saudi-Arabien gigantisch waren und dass im Gegensatz dazu die amerikanischen Reserven immer schneller zur Neige gingen aufgrund einer Überausbeutung. Im Februar 1945 trifft US-Präsident Roosevelt auf dem Rückweg von der Malta-Konferenz mit dem saudischen König Abdel Asis zusammen. Es war der Grundstein für ein Bündnis, das bis heute besteht. Wir dachten über die Welt nach dem Krieg nach. Und wir waren sicher, dass Öl ein höchst wertvolles Gut sein würde. Von allen Ländern der Welt gab es nur eins, das genug davon hatte. Saudi-Arabien. Es gab viele Spekulationen dazu, aber die unausgesprochene Selbstverpflichtung der Vereinigten Staaten war, das Königshaus der Saud zu beschützen. Das wurde niemals niedergeschrieben, aber so war es. Und das taten wir auch. Seither beschützen wir Saudi-Arabien. 1945 wurde eine Außenpolitik geboren, die Michael Clare die globale Ölbeschaffungsstrategie genannt hat. Sie rute auf drei Säulen. Zunächst war da die besondere Beziehung zu Saudi-Arabien aufgrund der Übereinkunft zwischen Präsident Roosevelt und König Abdelaziz im Jahr 1945. Die zweite war Venezuela und die dritte der Iran. Diese drei Länder sollten billiges, leicht verfügbares und qualitativ hochwertiges Erdöl für die amerikanische Wirtschaft liefern. Während in Berlin noch die Trümmer rauchen und die Alliierten ihren Sieg feiern, sorgt das Erdöl bereits für den ersten Konflikt des kommenden Kalten Krieges. Statt wie zugesichert ihre Truppen aus dem Iran abzuziehen, gründen die Sowjets im Norden des Landes einen aserbaidschanischen Marionettenstaat, um sich das dortige Erdöl zu sichern. Aujourd'hui dans son palais des 1001 nuits, le souverain Reza Shah voit s'élever de graves problèmes issus d'un conflit souterrain. L'Azerbaïdjan réclamera-t-il son autonomie? Les troupes russes refuseront-elles de quitter l'Iran? L'Iran sera-t-il demain le problème majeur de l'ONU. Der junge Shah gewinnt dank amerikanischer Militärhilfe die Kontrolle über sein Reich zurück. Doch der Iran wird weiterhin im Brennpunkt amerikanisch- sowjetischer Konflikte stehen und immer wird es um das Erdöl gehen. Schon 1928 haben sieben englische und amerikanische Ölkonzerne die Welt unter sich aufgeteilt. Lange bevor es die großen drei 1945 in Yalta taten. Das Erdöl kurbelt im Westen den Aufschwung an. Es wird zum wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und strategischen Faktor des 20. Jahrhunderts. Sieben Privatunternehmen regieren die Welt und lassen nur 30 Prozent ihrer Gewinne in die Erzeugerländer zurückfließen. Doch dann zwingt Venezuela, das zweitgrößte Erzeuger- und Exportland, den Großkonzern nach einer schweren Streikserie 1948 eine Neuregelung der Konzessionen auf. Mit einer Gewinnbeteiligung von 50 Prozent. Der venezolanische Erdölminister Pérez Alfonso reist in den Nahen Osten und wirbt dafür, dass die Erzeugerländer seinem Beispiel folgen. 1950 bietet die amerikanische Fördergesellschaft Aramco Saudi-Arabien dieselbe Beteiligung an. Solche Zugeständnisse schmälern die Gewinne der Konzerne kaum, da sie Zahlungen an die Erzeugerländer in den USA von der Steuer absetzen können. Diese Scheingroßzügigkeit führt zu wachsendem Unmut in den Ölstaaten. Der Iran löst schließlich die erste finanzpolitische Krise in der Geschichte des Erdöls aus. Nachdem das Land vergeblich versucht hat, die Abkommen mit England neu zu verhandeln, fordert es von The Anglo-Iranian Oil Company ähnliche Bedingungen wie die in Saudi-Arabien. Die Gesellschaft lehnt ab. Am 11. April 1951 wird Mohammed Mossadegh von der Nationalen Front neuer Regierungschef im Iran. Noch am selben Tag legt er dem Parlament einen Gesetzesantrag zur Verstaatlichung der Anglo-Iranian Oil Company vor. Der Neu Obendrein schuf es einen Präzedenzfall. Wenn die Iraner ihr Öl verstaatlichten und den gesamten Gewinn aus der Förderung selbst einstrichen, was würde dann in Kuwait und viel schlimmer in Saudi-Arabien passieren? Würden die Saudis nicht noch höhere Forderungen stellen? Das war die Befürchtung. Die Anglo-Iranian Mark Schwartz. Die britische Regierung droht mit einer Invasion. Sie lässt die Raffinerie in Abadan schließen, holt die Fachkräfte heim und verhängt ein Embargo gegen iranisches Öl. Ein Propagandafilm stilisiert die Anglo-Iranian zum Opfer und betont ihren Beitrag zur Entwicklung des Landes. Unsere Bildung könnte nur complete sein, wenn wir Ihnen zeigen, was die Konditionen waren, bevor die Öl-Arabien kamen zu sein. Aber die Briten haben die Hygiene in Persia, die Bildung, das fast totaler Literatur vor dem Zeitpunkt der Firma, und Sport. Die Engländer sagten sich, der Iran schafft das finanziell nicht, das wird nichts. Die Amerikaner waren sehr viel beunruhigter, weil Abadan eine Versorgungsbasis für ihre Luftwaffe war und als solche gerade während des Korea-Kriegs von enormer strategischer Bedeutung. Zwischen dem englischen Außenministerium und Washington wurde hart über die Iran-Frage verhandelt. Diesmal ruft England den UN-Sicherheitsrat an. Mossadegh verteidigt seinen Standpunkt vor der UNO. Vergebens. Er bricht alle Beziehungen zu Großbritannien ab und droht mitten im Kalten Krieg mit einer Annäherung an die Sowjetunion. Die Briten baten uns um Hilfe. Und so kam es zu einer gemeinsamen Operation. Ich glaube, sie hieß Operation Foursquare. Das war eine gemeinschaftliche, britisch-amerikanische Operation, aber letzten Endes hatten, wenn sie so wollen, wir Amerikaner das sagen. Aus Angst, der Iran könne ins kommunistische Lager wechseln, beauftragt Präsident Eisenhower Staatssekretär Herbert Hoover Jr. mit der Lösung des Problems. Ohne dabei einen offenen Konflikt mit der Sowjetunion zu riskieren. Die Abadam-Krise stellt für Washington aber auch eine Chance dar. Hoover ruft die Chefs der fünf größten US-Ölkonzerne zusammen, die noch nie im Iran waren, da der Iran bis dato in den Händen der Briten war. Um nun endlich dort Fuß zu fassen, sollen sie so tun, als würden sie im Sinne der Iraner ein neues Konsortium gründen, das aber ihre Interessen vertritt. Amerikaner und Briten sollen jeweils 40 Prozent davon kontrollieren, Frankreich anstandshalber die restlichen 20. Nach harschen Verhandlungen bleibt den Engländern nichts anderes übrig, als einzuwilligen. Nun müssen sie nur noch Mossadegh loswerden. Die British Petroleum Company behauptete, Mossadegh sei ein Kommunist, was völliger Unsinn war. Ich habe die gesamte Akte über ihn gelesen, die laut CIA angeblich zerstört wurde. Es ging damals allein ums Öl. Mossadegh war ein Nationalist und Sozialist. Er war so manches, aber Kommunist war er nie. Die CIA, das Außenministerium und British Petroleum verkauften dem Weißen Haus ihren Staatsstreich als Teil des Kampfes gegen den Kommunismus. Das erinnert an den heutigen Krieg gegen den Terror. Alan Dulles, der neue Direktor der CIA, fädelt das ein. Er schickt heimlich seinen Assistenten Kermit Roosevelt in den Iran, um das dortige Regime zu destabilisieren. Bei einem Geheimtreffen sichert Roosevelt dem Schah die Unterstützung der USA zu, unter der Bedingung, dass er Mossadegh ausschalte. Der Schah will Mossadegh verhaften lassen, doch der kann seine Anhänger mobilisieren und übernimmt, mit Unterstützung der kommunistischen Partei, die Macht. Die Straße setzt sich durch und der Schah muss nach Rom ins Exil gehen. Währenddessen bezahlt Kermit Roosevelt im Iran, gestützt auf muslimische Geistliche und Militärs, die gegen Mossadegh und die Kommunisten gerichtet sind, tausende von Statisten und organisiert eine Gegendemonstration für den Schah. Mossadeghs Haus wird verwüstet. Die Armee schreitet ein, Mossadegh wird verhaftet. Der Schah kehrt mit einer Militäreskorte in den Iran zurück. Wie vorgesehen gründet er ein neues iranisches Erdölkonsortium, in dem US-Unternehmen die Mehrheit stellen. Um ihre Präsenz im Iran zu sichern, forcieren die USA die Militärhilfe für den Schah, der dank des Ölzüpper genügend Mittel verfügt, um seine Armee aufzurüsten. Die Amerikaner siegen auf der ganzen Linie. Sie verdienen am Erdöl und den Waffenlieferungen an den Schah. Mit dem Putsch gegen Mossadegh beginnt eine Zusammenarbeit zwischen der CIA und den US-Ölkonzernen. Kermit Roosevelt beendet seine Karriere als Vizepräsident der Gulf Oil Company. Die Ölgesellschaften hatten bessere Verbindungen zum Weißen Haus als die CIA. Ich hatte als CIA-Mitarbeiter nur einen Tagesausweis für den Nationalen Sicherheitsrat. Ich musste also jedes Mal einen neuen Passierschein beantragen, um ins Weiße Haus zu kommen, während die Vertreter der Ölfirmen alle Dauerausweise hatten. Ich nenne das den Ölkomplex. Um die Funktionsweise der globalen Öl- und Gasmärkte zu verstehen, dürfen wir uns nicht nur auf die Großkonzerne konzentrieren. Wir müssen auch die Banken, die Zulieferer, die nationalen Ölfirmen, das Militär und vor allem Geheimdienste wie die CIA betrachten, die eine große Rolle in diesem Komplex spielen. Das wurde erstmals in den 50er Jahren deutlich, als im Iran, in Venezuela und auch im Irak eine neue nationalistische Generation von Staatsmännern die Führung übernahm, die die sogenannten Seven Sisters an ihrer Basis angriffen. Die bestand in ihrer Macht, die Ölpreise zu bestimmen. 1955 meldet sich mit der afroasiatischen Konferenz von Bandung erstmals die dritte Welt zu Wort. Etwa 30 Staaten, darunter die größten Erdölerzeuger, Saudi-Arabien, Iran, Irak, fordern mehr Selbstbestimmung über ihre Rohstoffe. Zur gleichen Zeit sagt der amerikanische Geologe King Hubbard, ein Angestellter der Shell, das unvermeidliche Versiegen der amerikanischen Ölquellen voraus. Es ist schier unglaublich, dass dieser Mann, als er 1970 in den Ruhestand ging, völlig diskreditiert war. Einer seiner Kritiker sagte, wisst ihr noch, dieser alte Spinner von Shell, dieser Dr. Hubbard, der prophezeit hat, die USA würden Anfang der 70er auf dem Trockenen sitzen? Wir haben niemals mehr Öl produziert als heute. Im gleichen Jahr wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Es ist bemerkenswert, dass 20, 25 Jahre vergehen mussten, bis auch nur eine Handvoll von Leuten aufging, dass Hubbard recht hatte. 1959 überschwemmt die Sowjetunion den Weltmarkt mit Öl zum Schleuderpreis. Die sieben Großkonzerne beschließen daraufhin, den Preis einseitig um 18 Cent je Barrel zu senken. Das schmälert die Gewinne der Erzeugerländer um 10 Prozent. Empört berufen sie eine Konferenz in Kairo ein. Ich fand die Debatten beim Arabischen Erdölkongress äußerst amüsant. Besonders komisch wurde es, als die Vertreter der Ölgesellschaften den arabischen Abgesandten erklärten, warum die Bohrkonzessionen auf keinen Fall in Frage gestellt werden durften. Sie sprachen von einem sakrosankten Charakter der Verträge. Und sie zitierten sogar Verse aus dem Koran, kein Scherz, die es verbieten, an sakrosankten Verträgen zu rütteln. Dabei handelte es sich lediglich um ein paar Blatt Papier, die in London verfasst und anschließend mit dem Fingerabdruck des örtlichen Emirs abgezeichnet worden waren. So sahen die Verträge aus. Um frischen Wind in die Verhandlungen zu bringen, wird 1960 die Organisation Erdölexportierender Länder, kurz OPEC, gegründet. Auf Initiative des Venezolaners Juan Pablo Perez Alfonso und des saudischen Erdölministers Abdullah el-Tariki. Al-Tarikis Vorstellungen galten damals als revolutionär. Er hatte sich bereits im Vorfeld des arabischen Erdölkongresses in den 50er Jahren für eine Anhebung des Ölpreises ausgesprochen. Und zur damaligen Zeit betrachteten die Ölkonzerne schon kleinste Preiserhöhungen als Schritt in den sicheren Ruin. Die Anhebung der Preise und die Gründung der OPEC, bei der el-Tariki gemeinsam mit seinem venezolanischen Kollegen eine entscheidende Rolle gespielt hat, all das ging der saudiarabischen Regierung gehörig gegen den Strich. Sie hätte dem Druck der Amerikaner am liebsten nachgegeben. Natürlich war die OPEC in den ersten Jahren nach ihrer Gründung im Jahr 1960 noch nicht sehr effektiv. Aber nach einer Welle von Verstaatlichungen in der Erdölindustrie, allen voran im Irak 1971, wurde sie sehr viel mächtiger. Die OPEC verkörperte diese nationalistischen Bestrebungen. Das ist eine Tatsache. Doch etwas anderes wird oft übersehen. Obwohl die OPEC die großen Ölkonzerne dazu zwang, ihre Geschäftspolitik zu ändern, hatten diese durchaus gleichgerichtete Interessen mit der OPEC. Doch zunächst ist die OPEC viel zu schwach. Sie braucht Saudi-Arabien, um der geballten Macht der westlichen Ölkonzerne Paroli bieten zu können. Fast 50 Jahre lang haben die einen Ölpreis etabliert, der bei etwa einem US-Dollar pro Barrel liegt. Das sicherte dem Westen Wachstum und Wohlstand zum kleinen Preis. Am 6. Oktober 1973, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, greifen Ägypten und Syrien, unterstützt von sowjetischen Militärberatern, überraschend Israel an. Die USA kommen ihm zu Hilfe. Am 16. und 17. Oktober reagieren die arabischen OPEC-Länder mit einem Export-Embargo in den Westen. Panik erfasst die Verbraucherländer. Die westliche Öffentlichkeit greift die arabischen Länder scharf an. Die Ölkrise wurde nicht erst durch das arabische Embargo vom Oktober 1973 ausgelöst. auch nicht durch die Erhöhung des Ölpreises im Dezember 1973. Sie hatte vielmehr schon 1971 begonnen, als sich in den USA eine erste Verknappung von Erdölerzeugnissen abzeichnete. Die nicht mehr ganz so jungen unter uns erinnern sich noch gut an diese Zeit. Es gab Bilder von Autoschlangen vor amerikanischen Tankstellen. Fabriken, Schulen mussten schließen, weil es im Winter nicht genug Heizöl oder Gas gab. Es hatte in den USA also schon eine Ölkrise gegeben aufgrund einer Verknappung von Erdölerzeugnissen. Wodurch sie zustande kamen, ist bis heute ein Rätsel. US-Präsident Richard Nixon fordert eine Bestandsaufnahme der amerikanischen Ölvorräte. James Ackins wird damit beauftragt. Ich fuhr zu allen heimischen Erzeugern und habe ihnen erklärt, ich wolle keinen Ärger machen. Nichts würde an die Presse gelangen, was auch nie geschah. Ich musste schlicht herausfinden, wie viel Öl wir tatsächlich produzieren konnten. Das Weiße Haus brauchte diese Information. Es ging um die nationale Sicherheit. Ich fand heraus, dass es keinerlei ungenutzte Reserven gab. Wir waren in einer prekären Lage. Bei der Konferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung habe ich nichts beschönigt. Ich sagte, unsere Zahlen waren falsch. Das tut mir leid. Ich habe herausgefunden, woran das lag. Diese Zahlen hier sind die richtigen. Wir können nicht mehr Öl fördern als bisher. Unsere Produktionsmenge wird sogar sinken. Dann veröffentlichte die berühmte Task Force unter der Leitung von James Ackins ihren Bericht mit dem Titel Project Independence. Nach einer genauen Lageanalyse stand darin, unser Interesse ist es, eine Energieunabhängigkeit der USA zu 100% zu sichern. die Energieunabhängigkeit zu 100% von den USA. Die Energieunabhängigkeit hat so schnell , dass sie jetzt ausstripen unsere Wienergie veröffentlichte. Als Ergebnis, wir befinden die Möglichkeit von temporärer Flügel und ein paar erhöhen in den Preis in Amerika. Das ist ein sehr Herausforderer, aber wir haben die Möglichkeit zu treffen. Wenn unsere Wienergie sind richtig entwickelt, sie können erfüllen unsere Wienergie für die Jahre zu kommen. Das lief auf einen steigenden Ölpreis hinaus. Ich traf Aikens das erste Mal in Algier, wo er aus ganz anderen Gründen war. Die Verantwortlichen vor Ort gingen auf ihn zu und sagten, sie kümmern sich doch um das amerikanische Öl. Hier findet gerade ein arabischer Erdöl-Kongress statt. Wir würden uns freuen, wenn sie dort eine Rede halten. Aikens nahm die Einladung an. Ich saß mit all den anderen im Publikum. Er ging ans Rednerpult und sagte, ich verstehe Sie sehr gut. Einige unter Ihnen begrüßen es sicher, dass der Irak sein Erdöl verstaatlicht hat. Ich habe Verständnis für den Nationalismus und dafür, dass einige hier den Ölpreis anheben wollen, manche sogar auf bis zu 4 oder 5 Dollar pro Barrel. Im Juni 1972 von einem Ölpreis dieser Höhe zu sprechen, das war unerhört. Und hat alle Anwesenden schockiert. Zum ersten Mal wurden solche Zahlen genannt. Das ist nicht ganz richtig. Ich hatte vor meiner Abreise nach Algier in den USA gesagt, dass der Ölpreis zu niedrig sei und dass er angehoben werden müsse, weil die Reserven beschränkt seien. Die Nachfrage steige bei einem so niedrigen Preis dramatisch an und er lasse die Erschließung neuer Ölvorkommen nicht zu. Deshalb müsse der Preis ganz einfach steigen. Immer, wenn Henry Kissinger nach Saudi-Arabien kam, sagte König Faisal zu ihm, wenn Sie nach Teheran fliegen, dann wirken Sie doch bitte auf den Schah ein, dass er den Ölpreis nicht weiter erhöht. Kissinger lächelte und beteuerte, er werde sein Bestes tun. Eines Tages schickte König Faisal mich zum Schah von Persien mit der dringenden Bitte, die Preiserhöhungen einzustellen. Der Schah erwiderte, warum sind Sie gegen die Erhöhung des Ölpreises? Wollen Sie den Amerikanern einen Gefallen tun? Die wollen ihn doch selbst anheben. Gehen Sie und fragen Sie Henry Kissinger. Als ich König Faisal Bericht erstattete, wurde ihm klar, dass Henry Kissinger hinter all dem steckte und von da an sprach er nie wieder mit ihm über den Ölpreis. Die Amerikaner taten alles, um die Preissteigerung, die sie selbst betrieben, den Arabern anzulasten. Das war bequem, es entsprach der öffentlichen Meinung im Westen. Wir mussten lange mit dieser Lüge leben, einer von vielen Lügen. Das Öl-Embargo bleibt eine Fiktion. Die USA, die in Vietnam Krieg führen, sind zu keinem Zeitpunkt davon betroffen. Saudi-Arabien wurde von zwei namhaften Senatoren öffentlich angegriffen, die zutiefst anti-arabisch eingestellt waren. Ich bat darum, ihnen die Tatsachen darlegen zu dürfen, damit sie ihre Attacken einstellten. Und das tat ich. Ich sagte, die Fakten sehen so aus. Das Öl geht von Saudi-Arabien nach Bahrain, von wo aus es nach Vietnam verschifft wird. Ob mit amerikanischen oder ausländischen Tankern, spielte keine Rolle. Die Senatoren sollten jedenfalls wissen, dass wir in Vietnam nie vom Öl abgeschnitten waren. Sie mussten allerdings Stillschweigen bewahren. Niemand durfte erfahren, dass Saudi-Arabien das OPEC-interne Abkommen gegen die USA gebrochen hatte. Aber das hat geklärt. Es kam nie an die Öffentlichkeit. Der Anstieg des Ölpreises kommt den Ölkonzernen sehr gelegen. Nun haben sie die finanziellen Mittel, die teurere Förderung in der Nordsee voranzutreiben und können sich gleichzeitig mit billigerem Öl aus dem Nahen Osten versorgen. Als der erste Ölpreisschock vorbei ist, glaubt niemand mehr, dass Erdöl jemals wieder billig werden könnte. Die ganze Welt wartet auf die Entscheidung der OPEC. Das Schah-Regime steigt dank der Öleinnahmen zur größten Wirtschafts- und Militärmacht im Nahen Osten auf. Für Nixon und Kissinger ist der Iran der Regionalpolizist am Golf. Doch dann scheitert der Schah am eigenen Größenwahn. Als ich den Schah das letzte Mal sah, war er sehr sonderbar. Gar nicht mehr er selbst. Er sprach davon, dass er in alle arabischen Staaten am Golf einmarschieren werde, an ein und demselben Tag. Ich war völlig verblüfft. Kurz darauf reiste ich nach Jeddah in Saudi-Arabien. Der dortige US-Botschafter war ein sehr guter Freund von mir, James Akins. Wir machten einen Spaziergang. Und da habe ich ihm von meiner Begegnung mit dem Schah erzählt. Ich sagte, der Schah von Iran sei geistig verwirrt und eine Revolution sei absehbar. 1979 droht die Machtergreifung Khomeinis, der die Korruption der Golfmonarchen anprangert, den Nahen Osten zu destabilisieren. Zur gleichen Zeit rückt die Sowjetarmee in Afghanistan ein. US-Präsident Jimmy Carter verhängt ein Exportembargo für Weizen und rüstungsrelevantes Material gegen die Sowjetunion. Im Iran wird die Revolution radikaler. Die USA müssen machtlos die Geiselnahme in ihrer Botschaft in Teheran mit ansehen. Der Amtsantritt von Ronald Reagan im Januar 1981 ist vom politischen Willen geprägt, die Vormachtstellung der USA wieder zu erlangen. Der Ost-West-Konflikt erreicht eine Schärfe wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Einmal mehr wird das Erdöl und mit ihm das Erdgas zum entscheidenden Faktor im Tauziehen der beiden Großmächte. Die Sowjetunion bekommt das bald zu spüren. Ronald Reagan betrachtet mit Argwohn den geplanten Bau einer Pipeline, die Europa mit Gas aus der UdSSR versorgen soll. Die Europäer wollen sie mitfinanzieren. Bei seinem ersten Treffen mit den europäischen Staatschefs im kanadischen Ottawa bittet Reagan darum, dieses Vorhaben aufzuschieben. Helmut Schmidt lehnt ab, François Mitterrand spielt auf Zeit. Nach meiner Beurteilung damals, während bei einer Anbindung an diese transsibirische Gaspipeline, die Länder Westeuropas zu 65 Prozent vom sowjetischen Gas abhängig geworden, wenn nicht mehr. Österreich und Teile Westdeutschland sogar zu 100 Prozent. Im Gesamtdurchschnitt wären es 65 Prozent gewesen. In meinen Augen hätte dies Moskau ein sehr starkes Druckmittel an die Hand gegeben, bei künftigen größeren Spannungen. Oder auch nach Belieben gegen die NATO. Als in Polen 1981 der Kriegszustand ausgerufen wird, verhärten sich die Fronten. Ronald Reagan demonstriert Härte. Die Europäer gehen auf Abstand zu den USA. Sie brauchen sowjetisches Gas für ihre Wirtschaft. 1981 sollten wir auf europäischer Ebene ein Embargo gegen die Sowjetunion verhängen, nachdem in Polen wegen der Solidarność-Bewegung der Kriegszustand ausgerufen worden war. Ich habe miterlebt, wie in Brüssel eine schöne lange Liste mit Embargo-Vorschlägen diskutiert wurde. Ein Land nach dem anderen nahm dann die Posten wieder heraus, die die eigenen Interessen tangierten, und für die es sich seine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion offen halten wollte. Am Ende war die Liste erheblich kürzer als die, die der Kommission zu Beginn vorgelegen hatte. Washington handelt weiter offensiv. Reagans Mannschaft wirft ein Auge auf Roger Robinson, einen jungen Bankier, der David Rockefeller nahesteht und sich mit Wirtschaft und Finanzen der UdSSR befasst. Er wird ins Weiße Haus eingeladen und arbeitet anschließend eine Strategie aus, die den Zusammenbruch der Sowjetunion herbeiführen soll. Die UdSSR verfügte damals über jährliche Deviseneinnahmen von gerade mal 32 Milliarden Dollar. Das entsprach etwa einem Drittel der Jahresumsätze von Unternehmen wie General Motors oder Exxon. Ein Drittel des Umsatzes eines US-Großkonzerns. Und das für ein Imperium, das von Havanna bis nach Hanoi reichte. Ich kam ins Büro im Westflügel des Weißen Hauses und Sicherheitsberater Clark stellte mir die Frage, was würden Sie tun, wenn Sie hier arbeiten würden? Ich antwortete, gut, dass Sie fragen. Ich habe nämlich einen Plan. Dann habe ich beschrieben, wie sich die Abhängigkeit Westeuropas vom sowjetischen Gas reduzieren ließe. Wir müssten westliche Staatskredite an die UdSSR unterbinden, technische Kontrollen verstärken und versuchen, den Ölpreis ein wenig zu senken. Denn jeder Dollar weniger pro Barrel bedeutete für die UdSSR damals einen Einnahmeverlust in Höhe einer halben bis zu einer Milliarde Dollar. Ich habe Präsident Reagan erläutert, dass sich die Auslandskosten des Sowjetimperiums pro Jahr auf 15 bis 17 Milliarden Dollar beliefen. Allein an Devisen. Das waren nicht einmal die Gesamtkosten. Und die jährliche Kreditaufnahme der UdSSR war ungefähr genauso hoch. Das ließ darauf schließen, dass westliche Regierungen und Banken diese jährlichen Devisenaufwendungen der UdSSR im Ausland zu 100% finanzierten. Ich sagte nicht 10%, zu 100%. Etwa einen Monat lang wurden dann Gespräche geführt. Präsident Reagan wies seinen Sicherheitsberater Bill Clark schließlich an, heimlich diese Strategie zu verfolgen, um die Devisenbeschaffung der Sowjetunion zu erschweren. Ich weiß noch, dass er damals sinngemäß gesagt hat, es ist mir egal wie. Tun Sie es einfach. Die Stationierung amerikanischer Pershing-Raketen in Westdeutschland erhöht die Spannungen zwischen Ost und West. Reagan verfügt ein Embargo gegen das sowjetische Pipeline-Projekt. Als Mikhail Gorbatschow an die Macht kommt, hat Washington gerade eine neue Front eröffnet. 1984 bittet Ronald Reagan seinen Freund, den CIA-Chef William Casey, unter größter Geheimhaltung mit der saudiarabischen Führung zu verhandeln. Nach langem Hin und Her führt der erste Staatsbesuch von König Facht in Washington 1985 zu einer Übereinkunft. Was hat Reagan getan? Er hat den König von Saudi-Arabien dazu gebracht, mehr Erdöl auf den Markt zu werfen, damit die Preise fielen. Daraufhin sanken unsere Deviseneinnahmen aus dem Ölgeschäft um zwei Dritte. Wir haben für Casey gearbeitet und unser Plan war, die Sowjetunion zu Fall zu bringen, einfach indem wir die Saudis zu einer Überproduktion veranlassten. Sehen Sie sich nur mal die Fördermengen eines großen Vorkommens wie Gawar an. Die Saudis haben den Ölmarkt überschwemmt, zum Schaden der sowjetischen Wirtschaft. Sie war ohnehin eine Seifenblase und darauf angewiesen, Erdöl relativ teuer zu verkaufen. So haben wir die Sowjetwirtschaft schwächen können und der Schlüssel dazu war Saudi-Arabien. Zusätzlich hat der Krieg in Afghanistan die sowjetische Staatskasse belastet. Das billige Öl stärkte wiederum die US-Wirtschaft, die sich unter Präsident Reagan erholt hat, durch billige Kredite, billiges Geld. Es gingen auch viele verdeckte Aktionen von Saudi-Arabien aus. Dieses Bündnis war ein Geschenk des Himmels für die Neokonservativen. Die Lage wurde immer schlimmer. Unsere Deviseneinnahmen sind durch die gefallenen Ölkurse um zwei Drittel gesunken. Wir mussten, um die Verluste auszugleichen, auf unsere Gold- und Devisenreserven zurückgreifen. Und das in einem solchen Umfang, dass am Ende nichts mehr übrig war. Der Überfluss an billigem Öl veranlasst die OPEC-Länder, ihre Ressourcen 65 Prozent höher zu beziffern, um fiktive 300 Milliarden Barrel. Niemand weiß mehr, wie groß die Weltölreserven wirklich sind. 1984 hat Kuwait noch 65 Milliarden Barrel gemeldet, was dem langfristigen Trend entsprach. 1985 wurden plötzlich 50 Prozent mehr genannt. Die Vorkommen waren dieselben, aber die Zahlen waren andere. Nur weil die OPEC-Förderquoten an die Reserven gebunden waren. Je mehr Öl ein Land hatte, umso mehr durfte es fördern und umso mehr Geld nahm es ein. Kuwait machte falsche Angaben und das war einer der Gründe für den späteren Konflikt mit dem Irak. Zwei Jahre später gab Kuwait noch einmal geringfügig höhere Zahlen an. 92 statt 90 Milliarden Barrel, was die anderen OPEC-Länder endgültig empört hat. Aus Abu Dhabi hieß es, wenn ihr 92 habt, haben wir 31. Der Iran legte nach, wir haben 93 statt 49 Milliarden Barrel. Saddam Hussein übertrumpfte beide mit 100 statt 47. Und Venezuela machte einen Sprung von 25 auf 56 Milliarden Barrel, indem es, anders als vorher, das Schweröl mit einrechnete. Saudi-Arabien hatte jedoch schon vorher mehr als Kuwait angegeben. Es wartete zwei Jahre und stockte seine Zahlen dann massiv auf. So kamen 300 Milliarden Tonnen fiktives Erdöl zustande. Eine Zeit lang nahm niemand diese Zahlen ernst. Doch irgendwann druckte sie ein Fachblatt ab und die BP veröffentlichte ihr statistisches Jahrbuch mit denselben Zahlen. Da stand dann nicht 260.000, sondern 261.217. Die Zahlen waren so detailliert, dass es aussah, als hätte PricewaterhouseCoopers sie gerade erst geprüft. Die Amerikaner haben keine Ahnung, wie viel Öl die Saudis noch haben. Was aus Dachran bekannt wird, ist streng kontrolliert. Wann immer von neuen Ölfeldern die Rede ist, halten die Saudis die 3D- und die seismischen Ergebnisse zurück. Es gibt keine verlässlichen Zahlen zu Saudi-Arabien. Die Saudis behaupten, sie hätten noch jede Menge Öl und neue Ölfelder. Gawar ist ausgeschöpft? Na und? Es gibt noch andere Quellen. Das reicht für die nächsten 50 Jahre. Die CIA hatte nie den Auftrag, die Ölvorkommen auszuspionieren, obwohl es möglich gewesen wäre. Nein, unsere Außenminister treffen sich mit der Regierung von Kuwait oder Saudi-Arabien und fragen, wie viel Öl habt ihr? Die Saudis schieben einen Zettel mit einer Zahl über den Tisch und darauf beruhen dann die Schätzungen. 1986 sinkt der Preis pro Barrel um 7 Dollar. Vizepräsident George Bush, der gegen Reagans Pläne ist, befürchtet ernsthafte Konsequenzen für die US-Ölindustrie. Er fliegt nach Saudi-Arabien und überredet König Facht, den Preis wieder anzuheben. Die Ölwelt hat ihren Fürsprecher gefunden. Zwei Jahre später wird George Herbert Walker Bush ihr Präsident an der Spitze der USA. 1988 ist Saddam Hussein nach seinem Krieg gegen den Iran völlig ruiniert. Obwohl er bis dahin das Bollwerk der arabischen Welt gegen die Bedrohung durch den Iran war, verweigern ihm die Golfstaaten finanzielle Unterstützung, insbesondere Kuwait. Am 3. August 1990 lässt er dort einmarschieren. Kuwait betrachtete er schon immer als zum Irak gehörig. Und die 1986 von den Golfstaaten gefälschten Zahlen ihrer Ölreserven machen sie strategisch umso bedeutungsvoller. We're in a determined mode. A mode that he should get out without concession. And this is the will of the world body. This is the will of the entire world, if you will, against this man. And he's got to understand it. So we're going to keep on repeating it. No concession, no negotiation for one inch of territory. And Mr. Saddam Hussein can simply do what the world is calling upon you to do. Get out! Auf Initiative der USA werden fast eine Million Soldaten aus mehr als 30 Ländern in Saudi-Arabien zusammengezogen. Der erste Golfkrieg beginnt. Beim Golfkrieg 1990-91 ging es natürlich um den Schutz der Erdölreserven. Für die USA war, mal abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen und den Verstößen gegen die Charta der Vereinten Nationen, ein Mann wie Saddam Hussein, der das Öl im Irak und in Kuwait kontrollierte und militärisch stark genug war, den Nachbarländern seinen Willen aufzuzwingen, völlig untragbar. Er würde die Ölpreise festlegen. Und er war für seine harte Haltung in dieser Frage bekannt. Doch diesmal ging es weniger um den Markt, als um die Sicherung der Ölreserven. Denn zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gab es eine ernstzunehmende, reale Bedrohung der Ölquellen. Nach diesem Krieg wurde zu einem Welt-Erdöl-Kongress in Madrid James Schlesinger eingeladen, der unter Nixon, Ford und Carter wichtige Posten in der US-Regierung inne gehabt hatte. Als Energie- und Verteidigungsminister. Er wurde also einerseits als ehemals hochrangiger US-Politiker eingeladen, aber auch als ein Berater. Und er sollte seine Ansichten zur globalen Energiepolitik nach dem Golfkrieg darlegen. Ich werde einen Satz von ihm nie vergessen, den er dort gesagt hat. Die amerikanische Öffentlichkeit hat aus dem Golfkrieg, aus der Eroberung und Befreiung Kuwaits gelernt, dass es wesentlich leichter und spaßiger ist, den Leuten im Nahen Osten den Hintern zu versohlen, als einen hohen Ölpreis hinzunehmen. Ich sage es ganz offen, die USA sind süchtig nach Öl. Und alles, was dieser Sucht im Wege steht, wird beiseite geräumt. Ob CIA, Politik, nationale Sicherheit oder Umwelt, es geht immer um das Öl. 2001 wird Dick Cheney, ehemaliger Verteidigungsminister von George Bush Vater, Vizepräsident neben George Bush Jr. und damit ein sehr mächtiger Mann der USA. Er will Saddam Hussein stürzen, um die amerikanische Ölversorgung zu sichern. Bis zu seiner Ernennung war er Präsident des Halliburton-Konzerns, den er zum weltweit wichtigsten Ölzulieferer gemacht hat. Für Cheney zählen allein die Profite der Ölgesellschaften. Nicht, weil es ihm um den Wert seiner Aktien geht, sondern er betrachtet die Ölindustrie als einen Stützpfeiler der US-Wirtschaft. Er glaubt, dass sie die USA so groß gemacht hat. Wenn der Chef von Exxon sagt, wir können die Kosten des Tankerunglücks vor der Küste von Alaska nicht tragen, die sind immens, dann findet Cheney einen Weg, Exxon zu entlasten. 2001 bildete Vizepräsident Cheney eine nationale Gruppe für Energiesicherheit. Das waren im Grunde lauter Kumpel von ihm. Wir wussten in den USA nie so genau, was sie dort wie besprachen. Das fand alles im Geheimen statt. Ich habe noch nie Sitzungsprotokolle dieser Kommission gesehen. Sie können sämtliche Dokumente der CIA und des FBI einsehen oder die Berichte der Kommission zum 11. September, aber sie werden nichts über diese Öltreffen oder die Geheimabsprachen der Ölgesellschaften erfahren. Wir wissen, wer da ins Weiße Haus kam, welchen Unternehmen sie angehörten und dass sie über Öl sprachen. Aber worüber genau? Was konnte so geheim sein, dass es nicht an die Öffentlichkeit durfte? Ich sehe nur einen Grund dafür. Wir haben weniger Öl, als behauptet wird. Am 28. Januar 2000, keine zwei Wochen nach seinem Einzug ins Weiße Haus, berief George W. Bush den Nationalen Sicherheitsrat ein, um über den Nahen Osten zu sprechen. Die Mitglieder kamen in der Erwartung, dass es um den arabisch-israelischen Konflikt gehen werde. Bush sagte ihnen gleich zu Beginn, ich will nicht über Israel und Palästina sprechen. Alle waren erstaunt. Dann sagte er, Clinton hat Fehler gemacht. Er hat für die Araber und gegen die Israelis gearbeitet. Ich werde diese Fehler jetzt korrigieren. Ich lasse den Israelis in der Palästina-Frage freie Hand. Colin Powell sagte, wenn sie den Israelis freie Hand lassen, werden sie die Palästinenser vernichten. Bush antwortete, na wenn schon, sollen sie doch. Ich will mit ihnen über den Irak reden. Die Wirtschaftssanktionen bringen nichts. Wir müssen militärisch vorgehen. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Warum sind wir in den Irak gegangen? Das wurde ich oft gefragt nach dem Einmarsch in den Irak 2003. Meine Antwort war, wir wollten Saddam Hussein loswerden. Aber gleich danach ging es nur noch um Öl. Natürlich. Wolfowitz, Cheney und all die anderen haben ernsthaft geglaubt, die irakische Ölförderung auf 6 Millionen Barrel am Tag steigern zu können. Dass so die US-Ölgesellschaften die irakischen Ölvorkommen in die Hände bekämen. Sie glaubten, aus purer Ideologie, dass nach dem Einmarsch eine Demokratie nach amerikanischem Vorbild entstehen würde. Kein Gedanke, dass dabei eine Demokratie nach iranischem Vorbild herauskommen könnte. Es konnte nur eine Regierung sein, die der US-Ölindustrie wohlgesonnen war. Kein Land kontrolliert heute noch den Erdölmarkt. Er ist vollkommen dereguliert. Andererseits stehen alle Erdölreserven des Nahen Ostens unter amerikanischem Schutz, außer den iranischen. Das nennt sich die Sicherung der Ölversorgung. Als der Iran wegen der fallenden Ölpreise damit drohte, die Schifffahrt im Persischen Golf zu blockieren, rückte sofort eine amerikanisch-französisch-britische Kriegsflotte an und brachte klar, das Öl wird nicht angerührt. Wir müssen unterscheiden zwischen Markt und Geopolitik. Der Markt sichert den Wohlstand und ist von Angebot und Nachfrage abhängig. Es gab nach der Jahrtausendwende einen kontinuierlichen Anstieg des Ölpreises, der mit dem wachsenden Verbrauch in Schwellenländern wie China zusammenhängt. Und dann ist da die Schutzfunktion. Dahinter steht das Selbstverständnis der USA als gewissermaßen Verwalterin der großen Verbrauchermärkte. Die USA stellen für sämtliche Verbraucherländer die Ölversorgung sicher. Insofern profitieren wir Franzosen, die Briten, Deutschen und Italiener vom amerikanischen Schutz, der dafür sorgt, dass das Erdöl immer bei uns ankommt. Gleichzeitig hat dieser Schutz eine geopolitische Funktion. Die Amerikaner signalisieren den anderen Ländern indirekt, solltet ihr uns angreifen, wird es euch ergehen wie Japan und Deutschland im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ihr seid raus aus dem Markt. Jeder, der die USA angreift, wird vom Weltmarkt und besonders vom Erdölmarkt ausgeschlossen. Kein Tropfen Öl wird jemals mehr bei euch ankommen. Mit anderen Worten, liebe Chinesen, werdet ruhig immer mehr, entwickelt eure Flugzeugtechnik etc. Aber wenn ihr uns angreifen solltet, was ihr sicher nicht vorhabt, dann habt ihr im nächsten Moment kein Öl mehr. Diese Botschaft steht einfach im Raum. Aber sie wird durchaus verstanden. Und so profitiert China einerseits von der Sicherung der Erdölvorkommen durch die USA, während andererseits die USA damit Kriegsgelüste Chinas ausschalten können. Die USA befinden sich in der Situation, dass China die Krieg der Krieg machen kann. Die militärische Intervention im Irak war der Beginn eines neuen Krieges um die Ölreserven. Eine vielleicht schon überholte Strategie. Ironischerweise haben die USA dem Iran durch diesen Krieg Tür und Tor geöffnet, wie die wiederholten Besuche des schiitischen Premierministers des Irak in Teheran zeigen. Der Iran könnte schon bald das irakische Erdöl kontrollieren. China ist es innerhalb weniger Jahre gelungen, seine Ölversorgung durch neue internationale Bündnisse zu sichern, die außerhalb des Einflussbereichs der USA liegen. Die Chinesen betreiben eine globale Erdöldiplomatie, mit der sie den USA einige Schritte voraus sind. Sie bestellen ihr eigenes Feld. Peking wird den Erdölmarkt bald dominieren, während die Ölreserven auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten sind. Seit 1964 finden wir jedes Jahr weniger Öl. Wir verfügen über bessere Technologien und suchen wie verrückt. Aber wir finden nichts, weil einfach nicht mehr Öl da ist. Selbst wenn die Nachfrage in den nächsten 25 Jahren völlig gleich bliebe, müssten wir vorkommend finden, mit 45 Millionen Barrel pro Tag, um die Ölförderung auf dem jetzigen Stand zu halten. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir müssten in den nächsten 25 Jahren vier neue Saudi-Arabien auftun, was uns sehr schwerfallen wird. Und das würde gerade reichen, um den Rückgang in den bestehenden Quellen auszugleichen. Die Erdölreserven werden immer knapper. Auf sechs verbrauchte Barrel kommt heute nur noch ein neu entdecktes. Ein neuer Ölkrieg hat bereits begonnen. Wird Afrika der Schauplatz sein? Untertitelung des ZDF für funk, 2017